Hallo Freunde, schön, dass ihr hier seid. Auch ich mache heute meine Aufnahme. Nein, Freunde, alles gut, ich werde nicht die ganze Folge in dem Sie kommentieren. Was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kaiso Mario 64. Nein, oh no, oh nein, oh verdammt. Ja, ja, Mario, rutsch weiter auf deinem sexy Hintern. Also wir müssen halt wirklich legit, oh, wir müssen halt legit. Nein, wo komme ich da ran? Oh nein, oh nein, oh nein. Jawohl. We did it. Da habe ich wohl einen guten Move gebracht. Okay, Schmerzen und Quallen würde ich an der Stelle sagen. Genau dich brauche ich. Nein. Bin überrascht. Sehr schön, so nicht anders muss das. Das ist so... LOL, LOL. Und du mal einfach ein Secret. Es ist einfach nur trusten und believen, dass der Wind einen rettet. Und vor allem jetzt müssen wir noch den Stern treffen. Ja, 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 hallo. Wir haben ihn, wir haben ihn. Yes. Man kommt wirklich in diese Stage rein. Unfassbar. Unfassbar. Hey, wir haben eine Münze. Da müssen wir dann... No. Wahrscheinlich da. Hui. Keinen Schimmer. Also nicht den Funken einer Ahnung. Das ist doch pervers. Ich bin wieder unterwegs. Wir haben den 100 Münzenstern in der Rainbow Road. Was geht ab? Mit 8 Millionen Safe Stands. Dankeschön. So, und damit haben wir im heutigen Part 6 weitere Sterne gesammelt. Und im TikTok-Clock haben wir noch insgesamt 4 Stück mit den 100 Münzen. Das wird gruselig. Aber wir kriegen das hin. Friends, danke fürs Dabeisein. Das war Kaiser Mario 64 für heute. Haut rein.